Hallo und herzlich willkommen zu der wahrscheinlich letzten Folge von Pikmin und ja, wie wir hier auch schon sehen, oben links der Name, der Letzter Versuch. Das ist jetzt die letzte Freundschaft, die dazugekommen ist. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das hier alles ergibt. Da gibt's, wie ihr seht, oder wie man sich hier erschließen kann vielleicht, nur einen Teil. Ja, 29 von 30 Teilen, wer hätte gedacht, dass wir das so schnell schaffen. Okay, ich hab's ja vermutet, aber genau weiß man es nie. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den letzten Versuch. Musik fängt schon leicht verstörend an. Und wird dann doch ganz nett. So, ich bin mir aber leicht, leicht psychomäßig noch im Hintergrund. So, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaub, ich nehm einfach mal wieder ein Drittel von jeder Sorte. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie genau das hier nochmal war. Vielleicht war's ja auch noch nicht die letzte Folge. Ich weiß es nicht. Ach, guck mal, da kann man schön umwandeln. Ist ja auch was Feines. So, ach ja, die Musik. So, ich würde sagen, wir vereinen uns dann mal direkt. Alter, Fähne. Sieht schon mal nicht ganz einfach aus. Gucken wir mal ganz kurz die Karte an. Okay. Eine schöne große Kampf-Arena. So, ich hör mal die Blauen erstmal. Die machen dann das hier. Ich glaub, dass das so richtig ist. Kann mich natürlich auch täuschen. Ähm. Kommt ihr mal bitte hoch? Danke. Ihr macht die Brücke, dann brauch ich die gelben. Oder vielleicht erstmal die roten und guck mal, was denn beim Feuer ist. Das ist cool gemacht hier, dass man alle roten braucht. Alter, das ist eine rote Tür. Alter, voll voll das Inferno. So. Soll ich dann wahrscheinlich so mitnehmen. Ach, das ist ein Karton, glaub ich, oder? Ah, okay. Ah, praktisch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nein. Du dummer Idiot. Die Frage ist jetzt, inwiefern uns das weitergeholfen hat. Ja, einer ist jetzt natürlich leider ertrunken. Kann ich da selber durchlaufen, oder? Werde ich dann eines qualvollen Todes sterben? Ah, ne, geht so. Okay. Hat sich geklärt. Die Frage ist, was hat uns das jetzt gebracht? Und wie komme ich an Bomben? Warte mal, ich gehe mal hier hoch. Ah, okay, Bomben. Perfekt. Alles klar. Dann weiß ich jetzt, wozu ich die gelben brauche. Es könnte doch ein bisschen länger dauern. Auch wenn die Map nicht allzu groß ist. Und das schätze ich das Ganze doch nicht, weil, wie ihr seht, es ist schon mit Rätseln betucht. Äh, muss ich auch vorsichtig sein, ja? Alter, Finne. Oh, shit. Shit, 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 shit. Beeilen, beeilen, beeilen. Ihr dürft nicht ertrinken, Leute. Nicht ertrinken, nicht ertrinken. Wir brauchen nicht mal so viele. Was mache ich hier eigentlich? Hat es einer geschafft? Ach, ein paar sogar. Cool. Weißt du was? Ich nehme erst mal hier ein paar. Sonst ist mir das ein zu großes Gewusel. Hoch, so. So, dann vielleicht noch ein paar hier. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Alle rüber. So, jetzt komme ich auch nochmal hoch. Ich weiß ja nicht, wie viele Bomben da sind, aber wie viele wir brauchen. So. Dann einfach mal alle rein. Zack, zack, zack. Drei Bomben, wenn ich. Ich bin halt ja auch nicht sicher, dass wir nicht mehr brauchen. Äh, ach ne, aha, aha, guck mal eine an. Ich nehme erst mal nur die mit runter, aber wie? Muss ich die jetzt wieder da runter schmeißen? Alter, wie kompliziert das gemacht ist. Genau, ey. Muss ich die da rüber kriegen, ohne dass sie krepieren? Alter, über diesen Fluss. Das finde ich überhaupt nicht geil. So, habt ihr geschafft. Sauber. So, ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, dann bin ich traurig. Ja, okay, perfekt. Jetzt gehe ich erstmal hier so weiter. Denn da gibt es was auszubauen. Ach, deswegen. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das, was die Roten machen mussten. Ich würde sagen, jetzt hole ich mal die letzten da hinten. Die gelben. Die brauchen wir nicht mal da hinten. Deswegen kann ich die eigentlich herholen. So, zack, zack, zack. Alle rüber. Das wäre jetzt total unnötig, dass ich so viele mit rübergenommen habe. Die müssen jetzt alle wieder rüber schleifen. Warte, wir machen das einfach mal so. Ich mache mal ein Experiment. Kann ich die alle herrufen? Okay, doch. Cool. Das wäre mit dem Bombenpigmen aber nicht gegangen. Das hätte nicht funktioniert. Weil die, glaube ich, ihre Bomben fallen gelassen hätten. Das wäre nicht so gut gewesen. So, steh mal auf da. Alter, warum fallen die alle hin? Seid ihr nervös? So, denn unscheinbar wie es ist, denke ich mal und gehe davon aus, dass gleich ein Kampf stattfinden wird. Wer hätte es gedacht? Oh, große Arena mit einem Stern. Hm. Ich wette, das Teil liegt da einfach nur so rum. Und wir können es uns einfach holen. Ist ja unüblich, dass am Ende eines Spiels ein Endboss auf uns wartet. Natürlich. So, cool, haben wir das auch geschafft. Ähm, da haben wir es ja schon geschafft, Leute. Also, das ging doch schnell. Da hinten ist schon die Kampf-Arena und irgendwas Grünes. Ja, ich würde sagen, haben wir ja noch irgendwie Honig oder so? Das ging schnell, Leute. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Pikmin in die Hand und ab in den Kampf. Was passiert da? Oh! Alter! Oh mein Gott! Was zur Hölle bist du? Der letzte Gegner. Der gerne Pikmin schlägt. Oh! Die werden ja nicht gelbe sehr angebracht. Oh, wir haben uns alle einfach zerstampft, unsere Pikmin. Oh! Kacke! So ein grüner Gigant. Oh! Wir müssen einfach alle draufschmeißen. Das ist mal ein Endkampf. Also, der ist natürlich mit gar nichts zu vergleichen. Kacke! Wie... Alter, wir haben schon die Hälfte verloren. Was? Muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Boah! Das Problem ist, der kann sich ja auch healen. Da hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. Oh, shit! Alter, wie... Wie kann sowas entstehen? Warum hat er unser Teil? Boah! Boah, wir bräuchten echt Blumenpick an. Alter, jetzt hat die auch alle platt gemacht. Fast 100 Pikmin ist einfach so eben zerstört. 100 Pikmin. Ich hoffe, ich habe nicht gerade Pikmins gesagt. Jo! Okay, die Hälfte haben wir. Aber wir müssen gleich zurück. Wir müssen neue Pikmin holen. Und da healte er sich wieder. Oder schaffen wir das ohne neue Pikmin? Natürlich ist der Tag auch nicht unendlich lang. Das müssen wir auch mal bedenken. Oh! Nein, 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 nein. Los, alle drauf, alle drauf, alle drauf. Alter, das ist ein Monster. Ein richtiges Monstrum. Also der ist doch schlimmer als den dicken schwarzen. Wahrscheinlich die dritte Generation. Aber wir haben ihn fast. Wir haben fast drei Viertel seiner Energie entnommen. Nein, 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 nein. Oh, wir haben noch ganz wenige Pikmin. Ich weiß... Oh, was ist das denn? Neue Attacken. Nein! Boah, shit. Ich muss neue Pikmin holen. Verdammt. Ich muss zurück, ich muss zurück. Mit drei Pikmin werde ich das niemals schaffen. Ich hole am besten Gelbe. Die kann man besser werfen. Ho, genau. Jetzt geht einfach die schöne Musik los. Genau. Aber wir haben noch 471 Pikmin. Unser Problem ist nicht die Anzahl der Pikmin, sondern die Zeit, die wir noch haben. Ach ja. Denn der wird sich jetzt in der Zeit, wie wir gelbe Pikmin holen, auf jeden Fall ein bisschen heilen. Das ist ja selbstverständlich. Okay, der hat den anderen auszerstört. Das heißt, wir können genau 100 mitnehmen. Das Problem ist, es sind nur Blattpikmin. Wir müssen doch hier irgendwo ganz schnell ein bisschen... Ne. Ist ja jetzt auf Anhieb keine Wiese. Oder Gras, oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Muss man ein Mikro gerade stellen, so. Okay, jetzt aber schnell, Leute. Schnell, 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 schnell. Der wird sich jetzt heilen. Wir müssen uns beeilen. Ja, das hat sich geäumt. Da ist er schon. Okay, er hat sich noch nicht allzu viel gehalten. Perfekt. Kommt alle her. Und los geht's. Und wieder ab in den Kampf. Ich glaube, der hat nicht mal unser Teil. Ich glaube, das ist da hinten. Nein. Jetzt macht er den Mega-Jump. Boah, wenn der alle... Boah. Da kann es echt leicht passieren, dass der einfach... Genau. Was? Einfach mal fast 50 Pikmin zerstört. Was ist denn los mit dem? Also der ist sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff Mega-Stand. Stark. Aber wir haben ihn fast, Leute. Los, los, los. Drauf, 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 drauf. Komm schon. Ja, ihr habt ihn fast. Ihr habt ihn fast, Leute. Los. Oh, 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 oh. Jetzt wird er alle aufschlägen. Scheiße. Verdammt, 15 nur noch. Wie schnell macht er die fertig? Nein. Kacke. Ja, das wird's doch nichts. Ich muss neue Pikmin holen. Der Tag ist fast vorbei. Ich muss mich beeilen. Alter. 75% des Tages sind rum. Aber das dürfte jetzt die letzte Pikmin-Show sein, die ich hole. Diesmal hole ich rot in Hoffnung, dass ich noch Blumenpikmin hab. Denn durch diesen Blaser-Bike-Typen sind ja alle Blumenpikmin zu Blattetmenge geworden. Mist. Kacke. Nur noch ein paar Knospen. Kommt schnell, beeilt euch. Wir müssen auch das Teil noch herschaffen. Wenn wir das auch noch kriegen sollten. Kommt schnell, schnell, schnell. Wir müssen als Einheit voranschreiten. Boah, es könnte auch wieder richtig knapp werden. Ho. Jetzt müssen wir direkt drauf. Ich nehm schon mal einen in die Hand. Er hat auch nicht... Er hat sich auch nicht sehr gehealt. Oh, shit. So, jetzt alle drauf, alle drauf. Nur auf, jetzt hab ich die Chance. Er ist fast tot. Ja, ja. Er ist tot. Er hat das Teil ausgerotzt. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Ach, hier sind nur Bomben. Endlich. Endlich. Ich habe das letzte Teil gefunden. Den Geheimsafe. Und sein Inhalt ist unberührt. Ich bin froh, dass ich meine Suche und Hoffnung nie aufgegeben habe. Nun kann ich diesen Planeten ohne Reue verlassen. Vielleicht mache ich noch irgendwo einen Zwischenstopp. Und kaufe ein paar Souvenirs für meine Familie auf Hoku-Tate. Dein Ernst? Nur für Geld haben wir das gemacht? Nur für Geld. Eigentlich brauchen wir keine Pigmen mehr, aber... Genau, das schaffst du alleine doch gar nicht, mein Freund. Nein! Oh, schönes Geräusch. Das Geräusch... ...spiegelt meine Wünsche wieder. So, ihr müsst ja jetzt alle dran, Leute. Boah, ich hoffe, das schaffen wir. Aber das müssen wir eigentlich schaffen, oder? Hey, wie viele können denn da dran? Warte mal. Können da 100 dran? Muss ja ein schwerer Sparschwein sein. Alter, was? Hm, nice. Hm, nice. Oh, shit. Jetzt beeilt euch. Aber das, das müssen wir schaffen. Boah, stellt euch vor, das schaffen wir jetzt nicht. Und das bleibt genau davor liegen. Und wir müssen extra dafür noch eine Folge machen. Na, würde ich's... Na, das würde ich nicht machen. Ich würde, glaube ich, einfach nochmal... ...runter auf den Planeten fliegen. Das ist ja trotzdem kacke. Gehen da nur 88 dran? Hm, genau 88 gehen da dran, glaube ich. Endlich habe ich jedes Teil vom Schiff gefunden. Nun kann ich nach Hokotate, meiner Heimat, zurückkehren. Wir haben es geschafft. Und Olimar ist mega glücklich. Ich würde, glaube ich, einen Schiff drauf schauen. Ich würde, glaube ich, einen Schiff gut anfassen. Also, das ist ja auch. Der Schiff ist richtig drauf. Das ist ja auch. Richtig ist, der Kuss zu kommen. Der Kuss, der Kuss, der Kuss. Er hat sich nicht mehr, schoss. Wir haben es geschafft. Wir werden aber nicht so gut probieren. Das ist nun so hart. Ich würde, glaube ich, auch nicht so gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao Leute! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Erster Tag seit Aufprall. Irgendwie ist es mir gelungen mit den Dolpheln abzuheben. Die Zwiebel schwebt zu meinem Erstaunen neben mir. Vielleicht können die Pikmin nachts nicht auf der Oberfläche des Planeten überleben. Oder begleiten sie mich aus anderen Gründen? Wie auch immer. Es scheint so, als würden sie mir morgen wieder helfen. Dem Dolphin fehlen noch 29 Teile. Fände ich sie nicht rechtzeitig, werde ich wohl nicht mehr zu meiner Familie auf Hokotate zurückgehen können. Die Analyse zeigt, dass mein Lebenserhaltungssystem noch 29 Tage durchhält. Unter mir sehe ich einen dichten Wald. Er ist der Schlüssel für mein Überleben. Ich nenne ihn den Wald der Hoffnung. Morgen werde ich ihn erforschen. Zwei Tage seit Aufprall. Offenbar sind viele Teile meines Schiffes in dieser Region abgestürzt. Wenn ich nur mein Radarteil finden würde, dann könnte ich meinen Radarschirm benutzen. Meine Chancen würden sich enorm verbessern. Die Drücken von Y könnte ich die anderen Teile ausmachen. Hier gibt es offensichtlich viele feindselige Lebensformen. Sollte ich attackiert und mein Raumabzug beschädigt werden, muss ich zum Raumschiff zurückkehren. Ich kann mich davor stellen und A drücken, um ihn zu reparieren. Wichtig ist es, die Raumanzuganzeige links unten im Bild im Auge zu behalten. Drei Tage seit Aufprall. Heute konnte ich die gelben Pikmen meiner Liste der Entdeckungen hinzufügen. Diese Geschöpfe tragen Steinbomben. Vielleicht kann ich mit ihrer Hilfe Mauern einreißen und neue Durchgänge freilegen. Rot und gelbe Pikmen, genau wie die Steinbombenträger. Teilen sich in Gruppen auf. Wenn ich X drücke oder ein Pikmen durch längeres, Drücken von A festhalte. Vier Tage seit Aufprall. Tief im Inneren der Höhle, die ich in dem Wald entdeckt habe, fand ich blaue Pikmen. Die blauen Gesellen haben kiemenähnliche Organe an ihren Wangen. Überhaupt scheinen sie amphibisch zu sein und können an Land und Wasser leben. Die Wunder der Natur werden mich immer wieder erstaunen, auch an diesem Ort. Fünf Tage seit Aufprall. Die Pikmen, die ich nicht zur Zwiebel brachte, sind über Nacht verschwunden. Sie sind wohl den hiesigen, nachtaktiven Kreaturen zum Opfer gefallen. Vielleicht folgen die Pikmen mir deshalb in die Atmosphäre. Langsam beginne ich die Regeln, dieses Planeten zu begreifen. Sechs Tage seit Aufprall. Ich habe beobachtet, dass sich das Blatt auf den Kopf der Pikmen erst zu einer Knospe entwickelt und dann zu einer Blüte. Wenn ich die Triebe der Pikmen nicht pflücke, blüht jedes Pikmen nach einiger Zeit auf. Faszinierend. Diese Verschmelzung einer tierischen und einer pflanzlichen Lebensform ist sicherlich einzigartig in der Natur. Die erhöhte Flinkheit der Blumenpikmen empfinde ich als großen Vorteil. Ich konnte beobachten, dass Blumenpikmen, die im Kampf sterben, Samen zurücklassen. Daher kann man nach jedem heftigen Kampf neue Triebe finden. Sieben Tage seit Aufprall. Ich habe es geschafft, die Reichweite des Dolphins weiter zu erhöhen. Wenn ich aus dem Dolphin schaue, der sich immer weiter in den Himmel erhebt, so kann ich klare Seen und den Tiefen des Waldes erkennen. Ich will es die ferne Quelle nennen. Morgen werde ich anfangen, dieses Stück Land zu erforschen. Aber für heute brauche ich Schlaf. Acht Tage seit Aufprall. Viele Teile meiner Schiffe sind hier verstreut. Wenn meine Berechnungen stimmen, sollte ich in der Lage sein, alle fehlenden Teile zu finden. Nun, nicht alle. Der Verbleib einiger Teile bleibt unglücklicherweise weiter ungeklärt. Ich muss zwölf weitere Teile finden, um die Reichweite des Dolphins zu erhöhen. Neun Tage seit Aufprall. Nun fehlen mir nur noch zwölf Teile. Ob ich es wohl schaffe, diese in 21 Tagen zu finden? Sicherlich. Ich benötige nicht alle Teile. Sollte mein Schiff am Tag 30 nicht vollständig repariert sein, so bleibt mir nur trotzdem ein Start zu versuchen. Ich erinnere mich genau an den Tag, an dem ich meinen Sohn zum ersten Mal in diesem Schiff mitgenommen habe. Ich werde ihm von meinen Erlebnissen dieser Reise erzählen. Und ich werde heimfliegen. Ich muss. Ich stelle mir schon den interessanten Ausdruck in seinem Gesicht vor, wenn ich ihm über alle diese Pigmen berichte. Zehn Tage seit Aufprall. Die Hoffnung steigt, den Dolphin reparieren und zu meiner Familie zurückkehren zu können. Durch diese Hoffnung gestärkt werde ich morgen meine Erkundung in einer anderen Region fortsetzen. Ich hoffe, das Glück ist mir hold. Elf Tage seit Aufprall. Oh, grausames Schicksal. Eine Steinbombe ist exkludiert und habe meine Pigmen unter Steinen begraben. Dieses Bild hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich muss die Umgangsweise mit Pigmen, die Steinbomben tragen, unbedingt überdenken. So etwas darf nicht noch einmal passieren. Wenn ich A drücke, um Pigmen mit Steinbomben zu werfen, bringe ich sie durch Drücken von B dazu, die Bomben abzulegen, scharf zu machen und zurückzukehren. Tur ich sie dagegen, kommen sie mit ihrem Bomben zur Gruppe zurück. Wenn ich die Bombenträger von anderen Pigmen trennen will, drücke ich X. Auch durch längeres Drücken von A kann ich ein Pigmen für einen Moment festhalten und dann Gruppierungen vornehmen. Zwölf Tage seit Aufprall. Würde ich doch nur fünf weitere Teile finden, dann könnte ich den Dolphin endlich vollständig reparieren. Aber die Zeit wird knapp. Ich darf in meiner Suche nicht nachlassen. Ich werde nicht aufgeben. Sicherlich sind einige Teile nicht wichtig. Ich sehe schon die freudigen Gesichter meiner Familie. 13 Tage seit Aufprall. Es ist schon seltsam. Dieser Planet, der mir erst so feindlich erschien, scheint mir nun so friedlich. Die Pigmen haben wohl mein Herz für die Schönheit dieser Welt geöffnet. Ich glaube mittlerweile, dass ich gar nicht alle Teile benötige. 14 Tage seit Aufprall. Ein einziges Teil fehlt mir noch, da ich 29 Teile gefunden habe. Ist der Dolphin fast wieder vollständig intakt. In den Tiefen des Waldes unter mir sehe ich eine Region, in der ich das letzte Teil vermute. Das ist ganz klar mein letzter Versuch. Mein Lebenserhaltungssystem wird in 16 Tagen versagen. Aber nur Mut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017